moin moin und herzlich willkommen bei 4M heute zeige ich euch wie ich meine halogen strahler im badezimmer auf led umrüste um genauer zu sein handelt es sich um smds bevor wir starten müssen wir noch einige berechnung anstellen ich habe genau fünf led lampen a 7 watt das heißt 35 watt gekauft dafür benötige ich ein trago mit mindestens 43 watt mein trago hat 12 volt und 5 ampere bedeutet 12 volt mal 5 ampere sind gleich 60 watt also ist der trago ausreichend ich habe ein wechselstrom trago und die led strahler die ich gekauft habe sind sowohl für gleich als auch für wechselstrom geeignet und hier seht ihr meine alten halogen strahler diese haben jeweils 30 watt meine neuen led strahler haben 7 watt um die halogen strahler zu wechseln muss ich eine klammer lösen dies mache ich am besten mit einer schmalen flach zange dann muss ich einfach hier handelt es sich um eine mr 16 fassung die halogen strahler herausziehen und die neuen led strahler hinein drücken danach wieder zurück in die halterung schieben und mit der klammer fixieren dies zeige ich euch gleich auch noch mal aus einer anderen perspektive damit ihr es besser sehen könnt ich habe im badezimmer zweimal fünf strahler mit je einem trawo bedeutet ich hatte in der vergangenheit 300 watt und in zukunft werde ich akkumuliert 70 watt haben die lichtausbeute ist bei den 7 watt led strahlern mit 50 watt angegeben dies dürfte in etwa hinkommen da die neuen led strahler heller sind als meine alten 30 watt halogen strahler beim trawo solltet ihr unbedingt darauf achten dass er auch für eure neuen led strahler geeignet ist ein häufiger fehler ist die falsche polung weil led lampen im gegensatz zu halogen lampen die richtige polung haben müssen sonst funktionieren sie nicht also falls nichts funktioniert einfach mal plus und minus tauschen und denn schauen ob es funktioniert jetzt habe ich alle strahler gewechselt und siehe da es werde licht ich habe warmweiß gewählt welches meiner meinung nach ein perfektes licht bietet und durch die zehn leds im badezimmer ist es auch richtig schön hell ich werde euch die led strahler und den trawo noch in die infobox schreiben so so Untertitelung des ZDF, 2020